So meine Damen und Herren, willkommen zum Let's Play. Wir machen ein bisschen Stahlfahrt. So, ich muss da in die Richtung. So, wir müssen zeigen, gehen da hoch. So, wir haben eine Wisp dabei. Okay. Okay. Ah, jetzt wird's langsam wieder. Langsam kriegen wir's wieder hin. Die wäre jung, sehr schön. Ich bin das Schnelle gar nicht mehr gewohnt. Oh, gewohnt. Ja, toll, da wollte ich zeigen. Boah, wieder Haus aus der Pfütze. So, auf zum nächsten. Fall doch in die Um, Mensch. Uch, da lang. So, der ist wieder. So, der ist noch mal. Ist schlimm heute, mein Hitzen. Still working on it. Continue to defend. Stay focused. There is a heavy unit approaching. Hallo. Oh, die Manni-Mahmet. und wo muss da ziehen wir mal ein bisschen so ein bisschen hier ein bisschen da hier ist a terminal get me and get ready to defend I'm detecting a large security force heading your way it's the greener den hauen wir auf die Nase dann sieht er aus wie ein Osterhase still work Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ja, komm her, hier. Komm ran auf den Meter. So, dann können wir ja raus hier. Oh, die Nase gefallen. So, wir müssen da ran. Ja, ich wollte gern raus. Ja, ich bin schon auf dem Weg, nur bleib mal ganz unruhig. Ups. Ups. Hat sich schon gelohnt. Räftiger Flug. So, doch, da gucken wir schnell noch mal ins Arsenal. Wenn ich jetzt noch was verpassen kann. Äh, was hat eben... Da sind da immer noch schon drin. Und dann hätten wir noch... Weg verbessern und das wird nicht passen. Da werden wir wohl noch ein bisschen Baupunkte sammeln müssen jetzt. Okay. Gut. Machen wir. So, wir probieren jetzt mal was anderes aus. Wir nehmen trotzdem... Machen wir selber? Verteidigung? Ja. Warum nicht? Oh, nur hüpfen wir mal runter. Sehr schön. Und Dandel ist dabei. Jawoll. Ja. 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 Läuft doch ganz gut 15.000 Überschilder ist nicht schlecht 15.000 Überschilder 15.000 Überschilder 15.000 Überschilder Wenn der einfach an mir vorbei Das machst du nur einmal 15.000 Überschilder 15.000 Überschilder 15.000 Überschilder So, dann bin ich mal neu in einen Stalker auftragen, warte? So, beim Schießholergasse kommt erst mal nichts mehr. Ich nehme mal schnell auf da hinten. So, dann guck mal, fünf Stahlnitzel. Schöööööön. 131er-Kraftschule, oh jo, schön schön. Abgelaufen. Wingenschutz, ja, oder? Schööööön. und nicht meins. So, ob er jemanden gut geht. So, ob er jemanden gut geht. General Sargis Ruck has become a problem for our artifact recovery efforts. Several of our dig sites in this sector have been attacked and annexed by Ruck and his fleet. Take Ruck out. Eliminating Ruck will allow us to regain control of this system. Oh Gott, the Lotus! Grenier are your master! Submit for mercy! Sollte vielleicht mal meine Schilde ziehen? Das macht sie dann einfacher. Könnte man dann vielleicht doch ein bisschen mehr erreichen? Ups, mach doch mal die Tür auf hier wenn ich schieße. Target spotted. Stay sharp. This one is a handful. You, Kandal! You fight for treasure! You are just another corpus machine to me! Stay focused. There is a heavy unit approaching. Stay focused. Oh! So schnell wollte ich mich da gar nicht durchschnetzeln hier. Die Länder wär mal schön, dass man nicht runterfällt hier. Scheisse! Sieht rein! So, dann gehen wir aus. So, dann gehen wir aus. So, wir proben aber, was wir noch zu bieten haben. Verteidigung, Auslöschung, wir machen mal eins. Ich will mal was probieren. Gehen wir mal ins Arsenal. Wo ist er? Wo ist er? Ach komm, wir passen sie mal aus hier. Wollte eigentlich was anderes probieren, aber das mache ich mal in einer anderen Gruppe. Halbtraum müsst ihr auch wieder laufen, ich habe meinen Mond immer noch nicht gekriegt. Ihr Weapons make music, und der Enemy calls for a song. Excavator ist bereit zu gehen. Keep it powered and protected from enemy fire. So, wir brauchen ja eigentlich erstmal nur diese Dura zu überbringen, um den am Laufen zu halten. Heidrop wäre auch mal wieder eine Idee. So. Das ist wieder mal noch. So. Eeeh. Das ist wieder mal noch. Beide ich hier. Excavator deployed. Protect the unit while extracts the artifacts. So, ich brauche den Varkus. Träge mich mal den Akku hier vorbei, mir nicht. Halt, Akku. Sehr schön. War das jetzt nicht meiner? Oh Gott. Klauen die mir hier die Akkus. Zauberende. Bisschen aufsammeln. Boah, sie ist eingefungen hier. Oh, dann gehen wir. Wann wird es sein, gehen wir raus. Wann wird es sein, gehen wir raus. Ja, dann lass ihm das Power haben. Ist mir wurscht. Excavator destroyed. Protect the remaining dig sites. Schuss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, haben wir noch mitgenommen So, dann haben wir die Ausgrabung auch mit erledigt Oh, da, da, da Da machen wir noch das mit Oh, das sind die Monster, das ist dein Problem und meine nicht Ich bin nicht ergen, aber da bin ich nicht ergen, ich bin nicht ergen. Können wir in eine andere Gruppe reinrutschen? Da-da-da-da-da-da-da Vorführer oben Ja, das ist gut Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Da wollte ich doch mal nicht hinspringen Ein bisschen aufsammeln zwischendurch Ja, ich wollte schon nehmen, aber guck mal, da ist noch was Zack, die nehmen wir gleich noch mit Oh Sehr schön. Und tschüss. Aber auch auf Rutsch. Wer der besiegt. Sehr gut. Ja. 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 jup, läuft So, jetzt muss man gucken, wo ist er. So, jetzt muss man gucken, wo ist er. Und da war Huchikado. Und stetig grüß das Moment hier. Und da war Huchikado. So, kommst du nicht rein. Okay. 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 Wir haben auch mal was auf die Nase gekriegt. So, zwei Wellen haben wir noch. Okay. 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 und schön runterkommen oh, ist fein ich gucke hier noch irgendwo was halt, ich bin gleich drüber sehr gut so, perfekt dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die letzte Mission ich guck mal naja, wir versuchen es mal mit, wenn es nicht klappt nehmen wir was anderes auf Deimos dann muss ich weiter folgen Die Art des Kampfes muss sich prächtet, um wirklich zu steuern, um die Kräfte des Kampfes in der Kriege zu steuern. das geht sogar relativ könnte ich ja jetzt auch irgendwo hinstellen und warten bis sie zu mir kommen oder mich umfallen lassen ich weiß ja warum das nicht funktioniert hat und so mal sehen dass es besser geht sakana ist ein bisschen aufladen 42 haben wir denn schon überlegen ob ich nur standort wechselkabel das läuft und hier kann man wieder mehr weg kaputt schießen schön schön ich will wieder hoch nö nö oh da muss jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich sein nö 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 so nicht hier ach der hat den komisch cool shit happens also gut die ist dafür echt noch nicht gut sag ich nicht gerade dass ich meine karte noch aufladen muss das wird hier nichts das ist das ist nicht da rein nicht da rein nicht da rein nicht da rein ich muss mich gerade ein bisschen fern halten ich kann mich nicht da rein ich bin aber ich bin nicht ich bin ich bin ich bin Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 und tschüss ich gehe mal in die andere richtung aber ich wollte es probieren ich werde es probieren nix da ich muss dann schon weg dass die finger davon nicht nur ein ich muss mal schnell nachladen tschüss nicht gut ich bin nochmal kurz weg hier wo ist er jetzt bin ich zu sauer gemacht glaube ich doch fast nicht oder sollte es doch geklappt haben noch einen brauche ich jetzt nicht unbedingt nö 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 so viel gutes auf einen raufen brauche ich nicht ach das gibt es doch nicht haut er mich einfach um du ich glaube hier muss ich nochmal das ist nicht schön läuft nicht gut so 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 da ist ja einer das ist wieder ein bisschen energie geholt oi 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 und tschüss da lang wahrscheinlich keine idee zu hüpfen auch nicht nur vorhin jetzt wird es aber langsam ungemütlich mal hier oben lang mal ne blöde Idee oder? ich brauche nur noch 22 stück ob diese blöden mecker möchte ich es auf der Hand lassen ich bin es aber auch keine anderen Gegner zur Zeit es ist wie wenn du die unbedingt machen sollst ne nicht da englimm mit dem will ich jetzt gar nicht spielen ganz ehrlich nicht nö nö das Trampeln muss mir jetzt nicht gefallen oder? ich verstecke mich jetzt einfach hier drin ja ich mache nichts ich fühle mich immer wieder aber das ist Oh Mann Mi-120 Hier? Oh nee! Ah! Oh nee! 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 und dann grinsen sie mich nicht nur jetzt wieder an kenne ich schon das spiel das ist das herz was es so rum und so denn tschüss ich bin ja mal ja genau hier aus wuuh Oh, no! Oh, shit, heavens! Nimm mich schon gut. So, ich muss mal gucken, wie lang die Aufnahme ist. Oh, eine Stunde.